Musik Ich heisse Lukas Huck, ich bin der Präsident vom Verein Robi Spielaktion. Musik Unserem Verein ist es wichtig, Freiräume und Strukturen für Kinder zu arbeiten, damit sie zusammenkommen können, um etwas Spezielles zu erleben, unabhängig von ihrer Herkunft. Weiter, weiter, genau. Und jetzt nochmal ganz stark runterdrücken. Jawohl, super. Und dann darfst du hier oben draufschlagen. Genau, nur nicht auf meine Dinger. Also wir machen den Kerzenständer und als Podest ein Holz und dann ein Stück Stahl und da kommt die Kerze oben rein. In Merlewald, hier auf dem Münsterplatz in Basel, gibt es für Kinder viel zu entdecken. Und sie können hier auch Weihnachtsgeschenke basteln. Jetzt, abdrucken. Genau, super. Dank Swiss Los haben wir den Merlewald realisieren können. Gänten jetzt aber auch. Und determines. Ich komm hier ins B pillar. Warum nicht klein. Denn da in lokaliens internieren können. Untertitelung des ZDF, 2020